Das Ende. Ich fürchte, das wird unser Ende sein. Sind doch alle anderen Länder schon gefallen? Da wird unseres wohl das nächste sein. Die dunklen Mächte werden siegen. Und der Frieden, den wir nun bald seit mehreren Jahrhunderten verteidigt haben, wird vergehen. Ihr Waisen! Füße abtreten! Na gut. Ihr Waisen! Ich glaube, ich habe sie gefunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mami hat gesagt, du musst... Piet, bis fünf Tränen funktioniert nicht mehr. Ja, seit dem Wochenende. Man muss sie jetzt mit Schokolade bestechen. Hey, ihr zwei. Ein kurzes Foto von euch in den Schuluniform. Für Mami, ja? Lass das endlich, sonst halt ist Mami. Hast du eins? Gut geworden. Erinnert mich an das von Weihnachten. Los, ihr zwei. Wir dürfen am ersten Tag nicht zu spät kommen. Was? Na los, beeilt euch. Wir haben entschieden, dass keiner von beiden ein Pupskopf ist oder eine Pupsköpfin. Und wir haben leider einen Schuh verloren. Also, ist wirklich alles in Ordnung? Ja, ja, mir geht's gut. Ist nur wegen der Schule. Genau. Aber du weißt ja, wo ich bin. Wenn du reden willst. Also... Ich weiß, ich weiß, ich weiß, mein Liebling. Ich weiß. Aber du wirst ganz sicher nicht wie Tina, nicht wahr? Nein. Komm jetzt. Ist sie eine Kriegerin? Sie kann töten, wenn sie muss. Irgendwelche anderen Talente? Wrestling? Guter Umgang mit der Klinge? Au! Sie hat Grundkenntnisse in Magie? Zeit zum Spiel! Was ist in der Box? Das klingt ja sehr beeindruckend. Trevor, du bist ein Trampel. Sie hat vielleicht verborgene Talente. Und eins, zwei und andere Sachen. Vielleicht. Aber hauptsächlich scheint sie... Guten Tag und willkommen zu... Was ist in der Box? Zweite! Und zwei! Was ist in der Box? Und wieder spielen wir... Au! Was ist in der Box? Hört sich an wie die fade Aneinanderreihung von... Ereignissen. Das ist gut möglich, aber... Es passt alles. Alles passt. Dann... Ist es an der Zeit. Klang gut, oder? Sehr gut. Danke. Ich heiße Sie heute ganz herzlich willkommen zu einem Promispecial von... Was ist in der Box? Gott, Daddy, du wirst echt verrückt. Alles klar? Da fehlt Soße. Ah! 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 Alles okay. Alles gut. Alles wird gut. Gute Einstellung. Ah! Das ist alles Einbildung. Du hast einen Burnout. Ah je, schlechtes Timing. Wir brauchen doch deine Hilfe. Ich kann dich nicht hören. Naja, aber du antwortest mir also... Nein, das mache ich nicht. Ich antworte dir nicht. Komm schon, Debbie, das ist Zeitverschwendung. Ich weiß, dass du mit mir kommen wirst. So steht es geschrieben. Was ist das? Halt die Klappe! Hallo, hier sind Debbie und Peter. Dann nochmal hallo. Wir sind nicht da. Also hinterlass uns eine Nachricht nach dem Weg. Äh, na gut. Äh, ja, also die Weisen haben mich geschickt. Hallo, ich bin's Ruth. Oh, hallo Ruth. Ich sagte, halt die Klappe! Wer, ich oder Ruth? Bist du bereit für ein straffer Po? Macht alle Mamis froh? Po? Ja. Oh, und es gibt einen neuen Kissenladen im Acox Green. Oh. Oh. Was ist in der Box? Debbie, bitte sei nicht albern. Wir brauchen deine Hilfe. Die Frage ist nur, sind Sie mutig genug, die Box zu öffnen? Bitte. Wir brauchen dich wirklich sehr.